Wenn ein Truck Gefühle hätte, würde er da nicht leiser durch deine Nachbarschaft fahren? Wenn ein Truck Gefühle hätte, würde er seine Fahrerin nicht in den Mittelpunkt setzen, weil es dort für sie und alle anderen Verkehrsteilnehmer am sichersten ist? Wenn ein Truck Gefühle hätte, wäre er dann nicht stolz darauf, die Umwelt von Abgasen freizuhalten? Wenn ein Truck Gefühle hätte, wäre er unserer Meinung nach so leise, so sauber und so sicher wie der vollelektrische, menschenfreundliche Volta Zero. Wenn ein Truck Gefühle hätte.